Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Rocket Leech. Jawoll, wir haben ja im Moment ne kleine Pechsträhne, glaube ich. Es will nicht so ganz, aber jetzt, der Lebkuchenmann ist drauf geschraubt. Jetzt kann, das kann nur Gutes heißen. Ich glaube der Libby, der macht, der Libby, der will uns n... Der Libby, der Libby. Ich glaube Curry, jetzt gewinnen wir wieder. Ja, aber erst wenn wir unser Auto entsichern. Dann geht's los. Genau. Ok. Ok. So. Der Crusader Pistol und CoC. Ok, du bist drauf. Ich hab das Tor, Mann. Ich hab das Tor. Wir machen jetzt ne richtige Klatsche. Wir holen jetzt ne richtige Klatsche da, weißt du? Wir hauen die jetzt weg, weißt du Bescheid, ja? Ja Curry, ok. Pass auf, Mann. Voll in der Style. Ja, Mann. Die Holzboots, Mann. Oh Gott. Das war fast ne Eigentor. Ich hab aber Rettung bekommen. Ja, das war gut. Das war gut, Mann. Das war sehr wichtig. Jetzt. Oh. Ganz knappe Kiste. Ey, 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 ey. Der Lebkuchenmann zeigt schonmal, was möglich sein könnte. Was willst? Du denn! Tor! 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 Dennis, komm! Jawoll! Yeah! Nice! Super Vorlage von Currywurst. Sehr nice. Perfekt. Der Bauhelm kommt hinterher, oder? Patz! Alter, geil. 1-0. So würd ich das sehen. Läuft doch! Das war das Tor. Okay. Der hat den Auspuff. Ich fahr nach hinten. Und drauf. Oh, wie sieht's aus? Oh, oh, oh! Oh, oh! Ah, fuck! Sehr gut. Lebi, komm zurück. Wir haben beide verfehlt. Jetzt! Jawoll! Oh, komm, komm! Oh! Curry, komm! Der kommt jetzt! Patz! Boah, nice! Perfekt! Wie ging war der denn, Alter? Perfekt. Der war ja mega in der Shit. Guck mal. Pass auf! Juuu Kommt da was nix an und ich hab dich gar nicht Super Ich dachte du bist am Tor ey Krass ok Drauf 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 Soja klatsche Bam Nice Unser Ball Oh shit Am Tor Bingo Sehr gut Das stinkt Der kommt gut Ah fuck den hat er Den hat er Oh den hat er Der ist auch zum Tor in Richtung Tor Ne ne der ist daneben Also der Typ meine ich Der Ball mit dem Ball Der Typ mit dem Ball Der Typ mit dem Oh oh Komm her Wo ist der Ball Hab ich Boah Und jetzt Bam Nein scheiße Oh oh Sehr gut Oh oh Nein Der hat er perfekt gesprungen Nee Cdc 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 Ich hast den Curry, Dollar-Scheine fliehen da. Schön! Oh nein, oh nein, oh nein. Ab in der Kurve. Der kommt! Ah fuck, bin dran vorbei gefahren. 3 zu 2. Guck mal. Ganz ruhig. Ganz. Lebkuchenmann hat auch die Arme ausgestreckt, ist aber nicht mehr dran gekommen. Jetzt, go go go. Alles wird gut, solange du ein Auto bist. Erster Ballkontakt. Oh, stell dich in die Kiste. Oh nein, da kommt der. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Pass auf Curry. Wir haben den verfehlt. Alles gut, alles gut. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Der ist gut. Der ist gut. Oh. Komm mal, wir müssen das Tor machen. Oh, Altentor. Oh fuck. Ich fahr zurück, ich fahr zurück. Wo ist er? Nein, der fliegt, der fliegt, der Ball. Der fliegt, der fliegt. Schön. Schön. Komm, jetzt haut ihn in die Kante. Komm Curry. Curryiii. Au. Nein. Ich war ein bisschen zu schnell. Ist egal, egal. Zurück, zurück, zurück. Boah. Oh. Scheiße, Mann. Das kann nicht wahr sein. Wir haben so gut gekämpft. Ja, dann hat der den und safe. Ey, das gibt es nicht. Curry, eine Minute neun. Eine Minute neun. Ist das noch machbar? Schau mal auf den Score dann. Okay, okay, okay. Der kommt gegen die Kante. Ich fahr mit. Ich fahr mit. Ne, du brauchst mich gar nicht einktopsen, Mann. Beide verfehlt. Ah. Jetzt komm. Bitte. Ja. Ja. Der hat ihn reingehauen. Nice. Nice. 40 Sekunden noch. Ich bin ein Holländer. Ja, Mann. Können wir noch packen. Ja, Mann. Können wir noch packen, Alter. Können wir noch packen. Wir packen das auch. Go, 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 go. Noch ist er nicht gegessen. Noo. Nice. Alter, ich hab schon wieder auf den Score gedrückt. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Boah. Der fliegt, der fliegt. Ja. Nein. Nein. Bitte. Nein, wo ist der denn? Der Ball. Oh, Mann. 16 Sekunden. Okay, go for it. Komm. Der fliegt so lang. Der fliegt so lang. Der ist so lang in der Luft. Scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Ja, komm. Nein. Oh, Mann, ey. Wenn der den Ball berührt, ist es vorbei. Scheiße. Aber weil das natürlich so schön ist, machen wir eine Weilerunde. Oh, ich hab einen Hexengut bekommen. Aber, ne, der lebt gut man haltig. Ich hab einmal Blasen bekommen. Was? Also, als Aufpuff. Also, da kommen Blasen raus. Also, da kommt Blasen raus. Also, ey. Der Brunze freut sich schon wieder. Ey, ey. Warte, mach ich mal rein hier. Wo sind die denn? Die Blasen. Ich weiß nicht. Da oben. Yo, Blasen. Da ist dann eine perverse Sau, ne? Ne, Seifenblasen. Guck mal. Pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt, wie die Seifenblasen da aus meinem Auspuff kommen. Ich bin gespannt, Alter. In 3, 2, 1. Jetzt gewinnen wir. Ich spür das. Wir müssen echt mal wieder gewinnen. Oh, geil. Wo sind wir denn? So eine Attempt oder was? Komm. Darkwing Duck. Und Ballackhoff. Balli. Holen dir. Holen dir, bitte. Holen dir, Mann. Erster Ballkontakt. Mach mich glücklich. Schaut er dann wieder in die Kante. Oh, nein. Den hat er. Oh Mann ey, krass. Der war drin. Den hat er, ja. Was denn jetzt los? Im letzten Moment. Was denn? So zutuld. Scheiße. Da kriegt er. Oh, noch einmal den Titscher. Hat er da echt den Blubber denn draußen aus dem Arsch. Ich höre, ich sitze gerade jemand im Auspuff. Der meint ganzer Seifenblasen. Ja, der Walle. Genau, der Walle sitzt da. Und seinen Seifenblasen. Das ist ein Bahnhof hier. Ah, ich verstehe. Hau ab. Nein, nein, nein. Oh, oh. Alter, auf der Linie gerettet. Du Glück standst du da noch, sonst hätte ich den reingehauen. Boah, ich habe den auf der Linie gerettet, ne? Ja. Der war gut. Ich habe einen zerstört, ey. Schön. Attacke, komm. Attacke der Schweinebacke. Aua. Wo ist der? Sehr gut. Boah. Du machst den Crash, Alter. Ja, den haste. Easy peasy. Boah. Nein. Warte, warte. Nein, ich habe verfehlt. Ich habe verfehlt. Oh Gott. Wo ist er? Wo ist er? Ich hau ihn in die Kante. Komm. Ja, fuck, da war er. Boah. So, pass auf. Schön. Oh Mann. Oh nein. Okay, der hat verfehlt, der hat verfehlt. Alter ey, ich krieg die Krise. Sehr gut. Ich rammel hier voll den Ball so. Oh nein. Hä? Boah. Alter. Okay, okay, sehr gut. Oh. Nein. Mittelfeldpass. Wo ist der? Oh Mann. Boah. Pass auf, der kommt, der kommt, der kommt. Ja, nice. Nein, 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 nein. Nein. Komm her. Oh nein ey, das ist so doof. Ja, der ist so unglücklich gefallen der Ball. Ah, kacke. Guck mal hier, der ist so unglücklich gefallen. Heiße ey. Alter ist auch ein deutscher. Ja. Ja, ja, ja. Okay. 2-0 haben wir schon mal gesehen. Komm schon, Mann, komm schon. Komm schon jetzt. Blubbel. Boah. Jolo. Der kommt. Nice. Einen hab ich weggehauen. Ohohohoho. Schön. Ja, komm her. Oh, fast ne. Ja, 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 ja. Bam. Sehen? Yeah, baby. 2. Boah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommt aus dem Nix. Ja, kommt der Dori, du bist aus dem Nix. Sauber. Mit den Super-Blubber-Blasen. Super-Blubbels. Jo, komm her. Okay, komm, 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 komm. Mau. Miese, miese Mau. Komm. Scheiße. Boah. Alter Schwede. Jawoll. Oh, der kommt aus dem Hinterhalt. Der kommt aus dem Hinterhalt. Ja! Komm, komm, komm. Wo ist der? Er hat verfehlt, er hat verfehlt. Oh, fuck. Rückwärts. Nein. Das ist ein Tor. Nee. Boah, haben die verkackt. Alter. Die wollen's nochmal spannend machen. Okay. Jetzt. Gib ihm. Nice. Perfekt. Der kommt. Bats. Yeah, bitch. Super. Geiler. 2-2. Super, ey. Perfekt. Kommt der Curry aus dem Nix angefahren mal wieder. Der Stauber mit so'n Blitz da oben drauf. Da können wir eine explosive Mischung dabei. Okay. 2-2. Super. Sehr gut. Jetzt müssen wir Gas geben. Oh nein, nein, nein. Hund hier. Jawoll. Ich hab' ich. Komm, kein Fall runter. Jörg, den hast du. Oh, oh, oh. Warte, ich geh' zurück, ich geh' zurück. Ja, ich war auch zurück. Geh' drauf, geh' drauf. Schön, schön. Bats. Ich hab' Bingo. Nein. Nein, der springt wieder raus. Es gibt's nicht. Boah. Alter, du hast mich. Oh, oh. Alles cool. Ich hab' ihn, ich hab' ihn gestoppt. Oh man. Schön. Ja! Er hat ihn. Oh man. Der Kölner versuchte, in der Luft abzufangen. Oh man, ey. Ich hasse das. Egal, wir haben noch 30 Sekunden. Wir brauchen nur ein Unentschieden erstmal. Dann haben wir uns ein bisschen gerettet. Wir müssen die 30 Sekunden jetzt echt nutzen. Alles drauf da. Voraus, voraus, voraus. Gooo. Ah, der rutscht an mir vorbei Schön Und nochmal Ah, Perfekt, Curry Komm, go, go Hasse, hasse, hasse Alter, was war denn das? Komm Nein Hatsche ich so Musst du ja, Mann Nein, ich bin gerade geflogen Das gibt's doch gar nicht Oh, der wäre reingegangen Ich bin gerade geflogen, ey, das gibt's nicht Guck dir mal den Flug an Okay, falls du schön bist, gibt's natürlich nur eine Runde Ja, wir müssen einmal gewinnen hier, das kann ja nicht sein Ja, das muss ja immer wieder sein Weh, die ganze Zeit verlieren Was ist denn los hier, Mensch? Go Mecker doch mal, Curry Nee, das ist jetzt Tipps Tipps ist schwierig, weil du selbst das Gefühl dafür kriegen musst Also musst du auf jeden Fall das Gefühl dafür kriegen, Mann Und da musst du schweben wie ein Vogel Aber wie flüssig das Game läuft Und reifen Keine Abstütze, nix Ja Okay, es zählt jetzt Eigentlich wollten wir die Folgen ja mal kurz, Mann, aber jetzt sind die schon so lang Aber egal Es zählt jetzt, Mann Volle Pulle voraus Was springt denn, ey? Alter, der ist über seine Blumenblasen hin Der Haufen 1-1-4 spielt mit Ey, Tor, Tor, Tor Ja, das ist ja easy Nee, nein, der saft den noch Was, die retten den noch? Was saft den noch, ey, das gibt's dann nicht Schön Oh, der macht Sprünge, ey, die sind echt nicht schlecht Ich drück immer auf den Ist gut, ist gut Okay, Spiel über Bande, Spiel über Bande Boah, sehr gut Boah, sehr gut Doch, doch, doch Sehr gut Lass ich mal ein Eigentor Alter, ich grinde auf den drauf Jawohl Komm Curry Nochmal Curry Curry Ja, Baby äh Rocket League Rocket League Wir müssen mal gegen die spielen Oh das wäre auch nice Ja da würden wir locker gewinnen Ey das wäre doch mal geil, das machen wir vielleicht mal Fordern wir die hier raus, hiermit in diesem Video fordern wir sie hier raus In die Bande Oh der ist nice Oh man Dennis Ey aber ohne Witz Ich glaube Dass mein Controller irgendwie ohne Witz Dass der immer rüber lenkt Wenn ich doppel mal A mach, kann das sein Ja das ist wenn du in dem Moment auch schief lenkt Alter der hat mich explodieren lassen, scheiße Ich bin da, ich bin nicht da Haben sie nicht, haben sie nicht Hab den weggekickt man Hab den weggekickt Alles gut Ich hab den bisschen aus dem Spiel genommen Dünkeri Oh Oh Jawohl Oh Ja jetzt komm Umdrehen Ich hab ihn ein bisschen weggekickt Roundhouse kick Jaja Jetzt wieder Oh fuck Ich hab mir übrigens zu Weihnachten ein tolles Weihnachtsgeschenk rausgesucht Jetzt kommt der Da kommt gar nichts Oh 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 fuck 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 Boah Zum Glück hat der den verfehlt Jawoll Nice Rikori komm drauf da Ja Juriiii Ja der war ein bisschen zu schnell Oh man ich hab ihn Ich glaube ich hätte nicht berühren dürfen oder Oh nein jetzt kommen die Jetzt kommen die Machen die nicht Machen die nicht Ja machen die nicht Machen die nicht Machen die nicht Sehr geil Nein Nein Boah Alter Zum Glück Mega Glück Mega Glück Ohne Scheiß Oh warte fuck 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 Wo ist denn Hä Titch an hier Wo ist der Ba- Äh BAM So hier Boah 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 Alter der explodiert mich die ganze Zeit Prime rip Bisschen Arsch Jawoll Ja Ey wo fliegt der hin man Der ist gut der ist guuuut Klasse Nein Was ist er Wo ist er Hat sie ihn drin ey Ey hier entstehen Dialoge Ohne Witz Nein das sind die besten Dialoge ever Ah Bist daneben gesprungen Kollege ne Da hole ich mit den Mann Da auch drauf Drauch doch nicht Was Scheiße Oh nein ist gewinnt Boah Der große Respekt an die Currywurst Der macht das exzellent Einleitenden falschen Teamplayer Jo Jetzt hau ihn Hassin Hassin Warte der muss noch ein Stück Der muss noch ein Stück Yeah Yeah 2 1 Junge Nice Alter jetzt haben wir gekämpft Jetzt haben wir gekämpft für die letzten Schweinehunde Barmaler guck mal Perfekt Perfekt Liegende Holländer Mach den da rein Haa Ok Ok Voraus Voraus gehts Jaaa Oh nice Ok ok der kommt der kommt Oh Curry den musst du machen Nein Ich war so Ich war so ein Anpass Scheiße man Ok jetzt müssen wir aufpassen Pass auf Curry pass auf Nein Nein der ist nicht drin Der ist nicht drin Der ist nicht drin Der ist nicht drin Alter Boah nice Oh nein Oh nein Hau ab Hau ab Nein Das gibt's doch nicht Der kriegt den noch Ich hab keinen Nidrum mehr gehabt Ich hab versucht den noch Alter der hat mich geblockt der Typ ey Ja Guck mal ich bin da auch noch hin Aber ich hätte gar keine Ich hätte immer die Felder fahren müssen Scheiße Geil 17 Sekunden noch Hauptsache ich verliere das Ding jetzt nicht noch hier Geil Ich bleib hinten glaube ich In letzter Sekunde Bam 16 Sekunden Ja wir müssen jetzt abwarten Ja lass sie kommen Lass sie kommen Pass auf die Hinter dir hinter dir hinter dir Schön Fliege Flieg mit meinen Blobbelz Flieg mit meinen Blobbelz Nachspielzeit Und nicht schon wieder ey Okay jetzt Golden Goal Golo Jawoll Das Trick Das Trick Ey das Trick Das Trick So hast du Boah Hat er nicht Hat er nicht Hat er nicht Oh der hat mich schon wieder geschrottet man Oh oh Ja den haben die Oh nein den haben die Haben sie nicht Haben sie nicht Haben sie nicht Hau den weg Voll so loserhaft Weil weggehauen ist weggehauen Komm im Nacken wegschnacken Pass auf Oh alter mega glück für uns Huiuiuiui Hoffen jetzt ist aber mal gut Nein Boah Wollte jetzt nicht rein Schön Alter Nein Was ist hier los Der prallt ab Boah Wo ist der Ball Oh Boah Bin da bin da bin da Bin da bin da Wollen wir uns immer über die Ecke machen Boah Sehr gut Alter Boah Boah Perfekt 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 Doch richtige Richtung Oh alter Hast du ihn? Ja aber der hüpft noch Der hüpft ins Tor Alter Oh nein Der hüpft nicht ins Tor Ah der kam denn nun mal zu früh ne Okay 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 Ganz ruhig Ganz ruhig Dünn Schön 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 Hasse 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 Dünn Curry Jetzt hast Zeit Papa Nein Alter XXL Folge heute Hä Nein 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 Boah Oh der ist verkackt Nein Nein Zurück Boah Wo ist der? Nein Nein Ich habe ihn nicht gesehen Ach ärgerlich Alter So ärgerlich Guck mal Guck mal pass auf Und dann Ich habe ihn nicht gesehen Ich habe ihn einfach nicht gesehen Ich hätte die Balle an sich machen müssen Dafür gibt es in der nächsten Folge einen Sieg Ja Aber man kann eins Man muss eins zugeben Wir machen das extrem spannend Also das sind spannende Folgen Und wir sehen Alter der ping von 96 Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Morgen geht es weiter Ich würde mich freuen Bis dahin Tschüss Bis dann Nachschl inches Oder ît